Heute ist wieder einer dieser Tage, die jeder Skifahrer liebt. Frischer Tiefschnee, kristallklare Luft und weibbar als Sonnenschein pur. In Österreich, wo jede Menge Neuschnöe, bis ursprünglich gefallen ist, bricht mir einige Skigebiete sogar von einem Kreuzschnee. Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit für jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.